Top-Transfer bei Werder Bremen. Der niederländische Nationalspieler Davy Klaassen wechselt mit sofortiger Wirkung vom FC Everton an die Weser und soll im Bremer Mittelfeld den Abgewanderten Thomas Delaney ersetzen. Nach niederländischen Medienberichten soll der 25-jährige Klaassen bei den Norddeutschen einen Vertrag bis 2022 unterschreiben. Als Ablösesumme sind 15 Millionen Euro im Gespräch. Damit wäre der bei Ajax Amsterdam ausgebildete Profi der teuerste Transfer in der Bremer Vereinsgeschichte.